Herzlich Willkommen zu diesem Video, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Nick Ehringer und ich werde dir jetzt die Wahrheit über Social Media Marketing Business verraten. Nun, es gibt nämlich einige Dinge, die man wissen muss, einige Dinge, die nach außen hin vielleicht ein bisschen schöner oder geiler aussehen, als sie tatsächlich sind in Wahrheit. Und warum vor allem die große Masse scheitert dabei, sich ein eigenes Geschäft aufzubauen. Die Gründe dafür und warum ich es geschafft habe mit zahlreichen anderen Leuten, erfährst du hier in diesem Video. Vor allem, wenn du zu den Gewinnern gehören möchtest, wenn du zu den Leuten gehören willst, die eventuell ein paar Herren genauso ein Video machen wie ich oder anderen davon erzählen, warum sie es geschafft haben und andere nicht, dann solltest du unbedingt dranbleiben, weil du solltest verstehen, worauf es hier tatsächlich ankommt. Nun, eine Sache, die du beachten musst, ist, du musst einfach immer in Bewegung bleiben. Die meisten Leute bleiben nicht in Bewegung. Was meine ich mit in Bewegung bleiben? Das heißt einfach, sie bleiben stehen. Sie kaufen sich vielleicht einen Kurs, ein Coaching oder sie holen sich irgendwo anders einen Mentor oder lesen ein paar Bücher, machen YouTube-Videos, gucken sich Blogartikel an und fangen dann einfach an. Ja, sie legen los, machen ein bisschen was, aber was sie konkret machen, ist einfach stehen zu bleiben. Sie hören auf, sich weiterzuentwickeln. Sie fangen erst gar nicht an zu netzwerken, sich mit anderen Leuten zu treffen, auf Veranstaltungen zu gehen, sich weiterzubilden. Und sie haben auch viel zu wenig Durchlauf von Kunden. Also sie machen A, viel zu wenig Akquise, dadurch, dass sie kaum Kontakte machen. Dementsprechend haben sie viel zu wenig Kunden, um genug Erfahrungswerte zu sammeln und einfach mal einen gewissen Durchlauf zu haben, der ihnen Erfahrungswerte mitgibt und vor allem sie auch einfach herausfordert und dafür sorgt, dass sie über sich selbst wieder hinauswachsen müssen. Das heißt, sie bleiben einfach starr an einer Stelle stehen und bewegen sich nicht. Und die Wahrheit ist auch die, wenn du anfängst, werden die ersten Sachen nicht wirklich geil laufen. Also du wirst Erfolge haben, du wirst Kunden gewinnen, es wird klappen, aber die ersten Aufträge, die du abwickelst, die ersten Dinge, die du machst, die werden vielleicht nicht zur vollsten Zufriedenheit von dir oder vom Kunden sein. Vielleicht wird der Kunde auch sagen, hey, so habe ich es mir nicht vorgestellt, ich werde den Vertrag auslaufen lassen, es macht keinen Sinn für mich, ja. Oder vielleicht wird der Kunde auch einfach sagen, pass auf, ja, das war jetzt ein cooler Monat, ich habe aber keine Kohle mehr oder ich möchte es jetzt mal mit jemand anderem probieren. Ja, das wird passieren, auf jeden Fall. Glaubst du, ich habe alle Kunden, die ich jemals aufgebaut habe, sind immer noch Kunde bei mir? Nein, definitiv nicht. Dazu gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, man versteht sich vielleicht nicht mehr miteinander. Der zweite Grund ist, dass das Ziel vielleicht nicht erreicht wurde. So, da kann ich was dafür, da kann der Kunde was dafür, da können äußere Umstände was dafür. Und der dritte Grund ist natürlich der, mein Ziel ist es ja nicht, dass meine Kunden zehn Jahre lang bei mir bleiben, wegen ein und demselben Problem, sondern die kommen ja zu mir, damit ich ein Problem löse. Und wenn ich dieses Problem gelöst habe, dann ist ja logisch, dass die Zusammenarbeit dann erfolgreich erfüllt wurde und man im Regelfall, wenn keine neuen Probleme entstehen, ja, oder wenn die jemand anderen wollen, um ein neues Problem zu lösen, dass ich nicht mehr benötigt werde. Das ist der Grund und auch die Wahrheit hinter diesem Ganzen, ich mache mein Coaching-Business, ich mache meine Agentur, ich mache Dropshipping, ich mache sonst irgendwas. Natürliche Selektion, die Leute hören auf, sich zu bewegen, andere ziehen an ihnen vorbei, die anderen hören dann auf und heulen meistens rum, ja. Oder es gibt auch genug Leute, die ich kenne, bei uns aus dem Agenturprogramm oder aus dem Vertrieb damals, die angefangen haben, ein paar Erfolge hatten und dann ist irgendwas in ihrem Leben passiert. Vielleicht wurde sie schwanger oder die Frau vom Mann wurde schwanger auf einmal, man hat seinen Job verloren oder man musste umziehen, irgendwas ist mit der Familie gewesen oder man hat einfach irgendwie zu viel zu tun gehabt, sodass man halt eine Pause eingelegt hat. Man hat nicht aufgegeben, man hat eine Pause eingelegt und man hat dann ein halbes Jahr, Jahr später hat man es wieder aufgenommen und hat dann Gas gegeben und dann sind die Erfolge wieder, sind die Erfolge eingetreten, ja. Kann auch sein, das ist völlig okay. So oder so, aber musst du durchziehen, damit du nicht der natürlichen Selektion oder unserem Mähdrescher Wild zum Opfer wirst, ja, und wieder in die Brokenness reinkommst. Und das ist wieder so ein spannender Punkt, natürliche Selektion, ganz viele merken später erst, was, mit was für Menschen sie zu tun haben, in was für einer geilen Zeit sie gelebt hatten, was für Chancen und Möglichkeiten sie hatten und blicken es erst nach ein paar Jahren und wollen dann angreifen, was ich geil finde. Also greift dann immer noch an. Aber hör auf, in dieser Vergangenheitsblase zu leben, so und so geil war ich früher. Das interessiert keinen mehr. Du musst jetzt wieder geil werden und jetzt wieder dafür sorgen, dass du relevant wirst und jetzt dafür sorgen, dass du Kunden gewinnst und das Geld auf dein Konto kommt. Und im besten Fall kommst du erst gar nicht in diese Position, weil du konstant durchgezogen hast, weil du konsequent gewesen bist, weil du immer in Bewegung geblieben bist und nicht der natürlichen Selektion zum Opfer gefallen bist. Abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, falls du das noch nicht gemacht hast. An der Stelle freue ich mich darauf, dich im nächsten Video zu sehen. Denk daran immer, dienstags und donnerstags um 18 Uhr. Das war's von mir, dein Nick. Bis dann. Ciao. Das war's von mir.